so willkommen zurück nächsten drei Spiele im Sobertausel nächstes Luigi in der Röhrer einer Sünder die Maschinen die dieses Mal heute von Sprechprobleme heute ich weiß nicht irgendwie ist im Westen und irgendwie ich kann es sich darauf freuen am 90 Jahr zu gehen es sei nicht freundlich schon aber irgendwie habe ich auch ich meine jetzt hab ich einen Tag wie jeder andere ich meine viele gehen weg und und feiern das neue Jahr und so aber ich bin nicht so der Feiermensch ich hab das gar nicht so ich mag nicht so gern die Disco sowas mag ich nicht also ich war mal ein paar Mal ja aber es war aber nicht so gefallen ich bin die meiste Zeit eigentlich nur also diese Disco hatte so ein Spielraum da war so ein Billiardtisch drin und so ein Dartrahmen und so da haben mich die meiste eigentlich aufgehalten ja also da waren meine ganze Freunde drin aber so tanzen ich hab nie ich war ich war im Disco egal ich war nie auf der Tanzfläche okay okay einmal einmal war ich auf der Tanzfläche scheiße scheiße also ich war ich hab nie getan im Disco einziges Mal aber das habe ich dann gelassen weil wenn ich jemand angetan hat ein Mädchen da hat sich dann umgedeckt also ist dann weg von mir weggegangen vergiss es vergiss es ja also es war es war also ähm wie soll ich sagen also ich 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 war schon gern im Disco ja das also boah rein damit maaaann ja genau jetzt trifft diese Schildhütte nicht ja das kann nicht sein das kann nicht sein was 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 ist denn zum Schalter du sagst gerne den Klicke an dich da und er wechselt den Spielern nicht was soll denn das ist das für ein Scheiß boah ich brauche ein Rohr verdammt ich brauche ein hä warum warum nimmst du denn was boah ich kann schon wieder ausrasten ich kann schon wieder ausrasten nimm mir bei nimm mir bei jetzt außergefecht boah geile Sache so jetzt ich mach ein Tor verdammt wo und rein damit komm nimm dir mal 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 nein das klappt oh was was tut denn denn die Schildhütte denn was ist denn los jetzt hin das kann doch nicht sein das kann nicht angehen das kann nicht angehen jawoll ausgleich wunderbar boah 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 wie das boah ne das ist doch scheiße ja genau ja genau nimm den Ball nimm den das habe ich jetzt verhindert das war es mir wert das war es mir jetzt wert da muss da muss ich fahren wenn Thomas kommt nicht da wenn Thomas kommt nicht da steht da muss ich fahren da habe ich gar keine andere war da muss ich fahren das ist ein meine 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 mein mein schatz mein schatz mein schatz was mache ich denn was mache ich denn habe ich jetzt ich habe die jenen kennen bekommen werden zu spielen wenn wir sie durch pilze und schütteln was soll ich ja so ein scheiß nämlich um ich das gutes hält es ist doch ein gut kennengelernt ganz hinten dran ist aber so mit es ist meine führung geht schon langsam ich hab doch noch abgeholt aber es muss kein scheiß denkst du denkst du denkst du jawohl ja 2 1 2 1 wunderbar da hat er keine chance mehr gehabt wunderbar 1 zu 2 wunderbar da er hat sich aus ja es ist nämlich klar wenn die Ball denn was soll ich denn da machen was soll ich denn da machen ja ich habe es noch gesehen, ich wollte noch abgeben, ich wollte noch abgeben, was ist denn der Ball? Was haben wir jetzt machen müssen? Was haben wir jetzt machen müssen, Leute, das war nicht alles möglich. Oh mein Finger, oh mein Finger Leute, oh er tut voll weh. Ich habe ja, ich habe ja zwar neun Part, aber ich habe keine Pause, ich habe gleich weitergespielt. Nein, 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 es ist schwierig, das ist jetzt schwierig, das ist jetzt schwierig. Ich habe sie gemacht. aber es war nicht schlecht wenn man aber mit traum was auf tor schießt bekommen wir haben einen ten das habe ich jetzt auch herausgefunden wenn ein traum pass auf tor dann kriegt man kein item und das habe ich auch bekommen das ist doch scheiße wie soll man denn die nehmen den ball ja aber dann wenn sie weg also wenn sie mal die hauen ihn weg aber auch die die mann mit dem ball wunderbar wunderbar leute mit träumen wird hat von mir bei der sache und weiter geht es 5 zu 2 2 zu spielen also dumm anstellen dann schaffen wir es also dumm anstellen oh scheiße es hat ein Kennenhund sobald die Bomben eingesetzt hat er ein Kennenhund scheiße scheiße der Kennenhund also Kennenhund ist fast der Torschach wenn du vorne bist ja und du bist ein Kennenhund und hast du gewonnen dann rennen und alle spielen über den Weg hast du Freibahn und kannst durchlaufen kannst du in Ruhe schießen und Kennenhund hast du keine Chance jetzt hasst mich ja ich kann nichts machen hat aber nichts gebracht ne ich muss nicht vorher spielen einfach noch vorne 20 Sekunden noch 19 Sekunden 18 Sekunden was hat ein Stern ne 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 und ne 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 das ist zu dumm unbesiegbar er kommt sie dann mit als zu mir aus machen 0 0 wir haben gewonnen das ist gut leute es läuft sehr gut es läuft sehr sehr gut es läuft sehr gut es läuft es lädt 12 punkte nächste mario mario 7 wenn er gewinnt hat hat er 10 aber wir sind immer noch vorne also jetzt sind wir ein bisschen das können wir mal ein spiel verlieren das wäre nicht schlimm die mario das blödwein an 10 hat aber wir versuchen zu gewinnen natürlich trauter arena ich möchte mal in der schlacht fällt also in die unterwelt arena oder oder so ich hasse ich hasse das spielfeld das war damals wo ich verloren habe gegen daisy sogar gegen daisy war das und da habe ich mal da habe ich mal ass genommen man kann ja einstellen ass ass ist die schwerste türkischkeitsstufe da habe ich da habe ich verloren da habe ich kein einziges Tor geschossen da sind die voll gut da weichen die aus und und geben ab und bloßen items und was das ist noch alles das ist doch nicht normal jetzt was ist denn los 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 Was machen die denn für ein Mist, sind die ein bisschen behindert oder so? Er war auch so gefecht. Das war eine Chance. Ich habe eine Chance gehabt, verdammt. Und ich nutze ihn nicht, ich Arschloch. Scheiße, ich darf nicht verlieren! Ich darf nicht verlieren! Jawoll! Ausgleich, Leute! Leute, Ausgleich! Oh, Scheiße! Scheiße, bitte Scheiße! Oh Gott! Na gut, wir haben einstehend ein! Ist noch alles möglich! Ist noch alles drin, Leute! Ist noch alles drin! Jawoll! Jawoll! Wir sind in Führung gegangen! 1 zu 2! 1 zu 2, steht es! Mach doch! Boah, Alter, was denn das für ein Scheiß! Ist wieder Ausgleich, wieder der Gleichstand! Schieß doch! Gib doch ab! Troy! Ach, Scheiße! Das ist schön gewesen jetzt. Das wird schön gewesen, Leute! jawohl jawohl 2 2 2 2 3 und so hätte ich mir jetzt denken können denken müssen ich frau hier ich darf uns ich darf nicht so ich habe damals das ist nicht langweilig ich bin ziemlich also ach komm hey das ist doch scheiße aber es ist nicht langweilig also die anderen Bokade war ein bisschen langweilig ich hab ein Tor schießen müssen aber das hier ist cool warum lernt der weg? er hab mich fallen können dann muss ich nochmals als es wurde wenn ihr meint dann ist es ja gut wie haben wir denn noch? 1 Minute 50 1 Minute 50 das war so nah am Tor das war so nah am Tor das war so nah am Tor komm und geh doch hin er stand direkt vor dir geh ich dann auch hin oh boah vor am Tor rein vor am Tor rein ich hab nix gedrückt ich hab nur B gedrückt da das war wieder so ein Glückstreffer mach mal funktioniert, mach mal funktioniert und nicht und dieses Mal hat es halt funktioniert mit dem 3 und 5 für 2 hin 2 die 3 ich bin hier reingeschossen ich mache ich den hohen ich drücke immer nach oben wenn ich scheiße das stern immer ganz gelangt warum treffe ich nicht warum treffe ich nicht so drin war als würde mir eine eischtüte nicht was soll denn der sohn was für ein scheiß scheiße scheiße nein boah voll die Latte voll die Latte voll an die Latte boah nein 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 birth